Hübser schnapp und weiter geht's so das war es also da kommen wir so nicht durch wir müssen erst dieses ding da weg kloppen na es gibt ja wie ich mich nicht wie ich mich nicht ich bin ich bin ich bin ich bin Es gibt Dämonen näher. Was tut dich? Ich bin blind, nicht leid. Wie kann ich mit mir sprechen? Auf die Weise können wir unsere beiden Forces hier kombinieren. Meine Leute müssen abgebildet werden. Mein Pfeil. Sehr gut. Wir werden unsere Wände zusammen. Ich werde mein Bestes machen. Ich gebe dir meine Wahrheit. Ich werde mich empfehlen. Ja, mein Freund. Meine Kraft ist deine. Ich werde mich empfehlen. Ich werde mich empfehlen. Ich werde mich empfehlen. Wo sind wir? Sie sollten bald gehen. Ich werde mein Bestes machen. Das ist überhaupt eine Lücke in der Mauer. Was soll ich denn da hinkommen? Da komme ich nicht durch, da komme ich nicht durch. Ach, da müsste ich mit den Nagas außen rum. Ach du... Neh. Leute, neh. Du wirst jemanden mit mir sprechen. Meine Kraft ist deine. Ich werde, was ich kann. Wie schnell wie ich kann. Ich bin blind, nicht mord. Ich habe gesagt etwas. Illusion. Miss, 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 miss. Ich gebe dir meine Wissen. Ich werde, was ich kann. Ich werde, was ich kann. Wie schnell wie ich kann. Ich fühle mich ab. Wie kann ich dir helfen? Äh. Wie soll ich das bitte schön machen? Da muss ich ja erst hier alles... Wie komme ich denn in den Generator ran? Ich... Was? Wer? Wann? Ah. Ich werde, was ich kann. Ich weiß. Nein. Ich werde mein Bestes machen. Ich werde, was ich kann. Nein. Ja, das macht schon ein bisschen Arbeit, schon vor. Wenn es das war, was ich kann. Wenn es mir gedacht wird, was ich tun kann. Oh, genau. Ja. Ich werde es dir geben. Wir haben uns auch geschlagen. Ich mache mein Bestes. Wenn du es getan hast, schau dir das. Blut, 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 Blut. Zack. Meine Kraft ist dein. Ich werde dir, was ich kann. Was will ich mir sagen? Sprich mit mir. So. Wie kann ich dich essen? Meine Kraft ist dein. Meine Forster sind unter Attacken. Ich bin blind, nicht weg. Was ist das? Wie ist das? Ich werde mich patient. Ich bin blind, nicht zufrieden. Ich bin blind. Ich bin blind. Ich habe gar nicht mehr gekämpft, ich habe gar nicht mehr gekämpft. Die Räume in der ganzen Welt. Wir haben hinten auf, kommen wir nicht so an. Wir werden uns aufhören. Wir werden uns aufhören. Wir warten auf dich. Oh, es gibt Dämonen hier. Es ist kaum eine Herausforderung. Ach ne, ich dachte schon, es wäre schon Melody McFaradon. Vengeance ist mein? Ist das alles? Deine Regretung, mich anzuprobieren. Vengeance ist mein. Vengeance ist mein. Vengeance ist mein. Wenn Sie da sprechen, dann kommen Sie zu mir. Wie kann ich mich konsumabel? Wir brauchen ein bisschen... Dann brauchen wir keine Fernkämpferinnen, sondern hier Brüte. Kommt, Leute, kommt. Kommt, meine Schäfchen. Sowas hiermit. Ja, da komme ich da nicht rum, das kann ich noch auf der anderen Seite machen. Und ich würde sagen, wenn wir das dann gemacht haben, machen wir wieder eine kleine Schnippi-Schnuppi-Pause. Und machen dann die nächste Folge mit den Naga weiter. Mit den Naga-Tieren. So. So. Ach, sind alle überlebt. Ist ja toll. Ach, komm. Ich gebe dir meine Schläuze. Ich gebe dir meine Heiligkeit. Hier sind meine Schläuze. Hey. Ich bin blind, nicht glied. was haut denn der? Trifft den nicht wieder aufbinden? was haut denn der? was macht der denn den Faden? da kommt er mal ja mein Freund ich bin sehr glücklich ich bin sehr glücklich sehr gut Was heißt, der Schaden mit seinem Schwert macht überhaupt keinen Schaden? Ähm, Haupt of Venom? Was heißt der Schaden mit mir? Äh, Resurrection, Resurrection? Das ist ja auch ganz praktisch. Äh, äh. Ach, diese blöde Hiebenservice, komm. Ist das alles? Hier, Orb of Venom, in der Entschuldigung, ähm. Rang, gut, das waren die vorher auch schon. Meine Leute müssen sich überraschen. Wir werden unseren Weg hier. Ich gebe dir meine Geheimnis. Ich bin blind, nicht der Tod. Oh, leicht. Ich bin blind. Ich bin blind, nicht der Tod. Äh, das war drei. Was hat sich da jetzt gerade... Hat sich da gerade irgendwas... Irgendwas hat gequietscht. Oh, da ist die Dings hier aufgegangen. Nee. We should move soon. My pleasure. Ach, die Blatt hier ist hochgefahren. Ah. Vengeance. My fire be purged. This is too easy. Ich bin blind. Ich bin blind. Oh, ich bin blind. Ich bin blind. Das ist das Problem. I can't get you. Oh, ich bin blind. Ich bin blind. Das ist aber gut, weil es um 33% den Magieschaden verringert. Agility ist auch gut. Boots of Speed, komm Leute. So, plus 8,2, alter Vater, jetzt hält er aber raus. Ja, und damit würde ich sagen, machen wir einen kleinen Sneed. Weil hier auf der Seite sind wir jetzt erstmal fertig. Wir können uns mit allen Einheiten hier runtertuckern. Weil hier, oh, warte mal. Wir können uns hier durchbrennen, oder? Wie geht das? Ich spreche dir, du darfst, sprich mit mir. Das dauert kurz. Das ist auch eine Fountain of Life. Gut. Wie sieht es so aus, das ist doch keine Mauer, oder? Was ist der Halt? Es wird getan. Ich werde das machen. Kollege? Sehr gut. Oder ein Baby-Bömer? Hm-hm. Da können wir doch noch ein bisschen den Weg freimachen, ja? Da können wir doch noch ein bisschen den Weg freimachen, ja? Da können wir doch noch ein bisschen den Weg freimachen, ja? Mit Volksbanken Reifeneisen. Reifeneisen? So. Sehr gut. Also jetzt eigentlich mit unserem Turbo-Panzer. Aber den Demen sind wir. Könnten wir doch mal nicht. Ja, mein Freund. Ich bin in der Pferde. Ich bin in der Pferde. All brown. Ich bin in der Pferde. Du möchtest mich auch sagen. Ist das alles? Easy? - - - droht ist mein sonnenslöser mich an den jetzt hier mal guck an erst mal der herrschl haben wir jetzt die verbindung geschaffen die 2 1 wir haben hier ist mit dieser um den ganzen mit dieser in diesem kleinen cliffhanger herrgott könnt ihr euch mal da rausreiten so damit ich nicht mehr speichern kann ich nicht mal schuss sagen kann ist mir da wurscht ob da ein schiff steht oder nicht also ich sagen danke fürs zuhören und wir sehen uns in der nächsten folge ist nicht im nächsten teil von der alle wir wollen natürlich auch ein discard quest wir wollen natürlich möglichst viel mitnehmen von dem ganzen zeug deswegen mache ich alles mit also danke fürs zuschauen ciao